Hi Leute, Jago hier mit einem Informationsvideo aus dem Weisemalen. Und zwar wie folgt, ich habe ja schon mal angekündigt, dass ich ein großes Projekt plane. Und dieses große Projekt ist jetzt größtenteils fertig. Und zwar so fertig, dass ich am Donnerstag, den 24. Februar, also einen Tag vor Elden Ring Release, damit anfangen kann, die Videos zu veröffentlichen. Das heißt, ich habe geplant, einen großen Let's Play Marathon zu machen. Der Sinn hinter diesem Projekt oder hinter diesem Experiment ist es, fünfmal so viele Videos zu produzieren wie sonst. Und um herauszufinden, ob ich damit dann auch fünfmal so viele Views und fünfmal so viele Abonnenten und fünfmal so viel Watchtime bekomme. Das ist einfach so ein kleines Experiment, was ich mal ausprobieren wollte, ob beim Let's Play vielleicht tatsächlich Masse statt Klasse gilt, weil man ja mit jedem neuen Spiel, das man anfängt, mehr Reichweite bekommt. Und deswegen werden jetzt im Verlauf der nächsten 30 Tage jeden Tag fünf neue Videos zur Verfügung stehen. Plus zusätzlich zu eventuellen anderen Videos, die ich spontan mache, plus die Livestreams, die wir machen, die kommen trotzdem wieder weiterhin. Und ich hoffe, wir haben damit alle eine Menge Spaß. Ich hoffe, es ist nicht zu viel. Ich hoffe, es sind ein paar Games dabei, die euch interessieren. Das sind alles mit Trudvania, Soulslike und Platformer. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass die meisten euch davon interessieren, oder zumindest einige. Und ich wünsche euch eine ganze Menge Spaß damit. Wir sehen uns im Stream. Bye! Bye!